Köln 50667 aus, Pia Tillmann und sind nicht traurig. Für Pia Tillmann, 35, ist ihr Show aus bei Köln 50667 kein Problem. Das beliebte Reality-Format kündigte eine große Veränderung an, ganze 10 Hauptdarsteller müssen die Sendung verlassen. Dazu gehören auch die Darstellerin und ihr liebster Ziko Barnach, 31. Doch diese radikale Entscheidung scheint für die beiden völlig in Ordnung zu sein, Pia und Ziko hegen wegen des Rauswurfs keinen Groll gegen die Produktion oder die Kollegen. In ihrer Instagram-Story äußert Pia sich zu den Annahmen, dass für sie und Ziko bei Köln 50667 Schluss ist und bestätigt damit auch direkt ihr Show aus. Es ist alles fein und keiner von uns ist traurig oder fällt in ein Loch. Im Gegenteil, meint die 35-Jährige. Sie und ihr Partner hätten auch schon vorher überlegt, auszusteigen. Diese Entscheidung wurde ihnen nun abgenommen. Es ist kein Ego gekränkt, wie es in der Vergangenheit vorgeworfen wurde. Betont sie aber klar. Dennoch werde sie viele Kollegen vermissen, aber einige auch nicht. Die Entscheidung, sich von einem Großteil des Hauptcasts zu trennen, begründete eine Sprecherin von RTL 2 gegenüber Promiflash. Man wolle einen neuen Handlungsmittelpunkt setzen und neue Figuren in den Vordergrund stellen. Die Reality-Soap Köln 50667 erfindet sich nach zehn Jahren neu. RTL 2 zeigt neue Gesichter. Neue Geschichten, neue Welten, hieß es in dem Statement. Neue Geschichten, neue Welten, hieß es in dem Statement. Neue Geschichten, neue Welten, hieß es in dem Statement. Untertitelung des ZDF, 2020